Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück hier bei Risen 3 Titan Lords Horrors. Ja, der ist in der Wand, das ignorieren wir einfach mal. Wir machen weiter und wollen die Schatteninsel erkunden. Die Nebelinsel meine ich natürlich, die Schatteninsel. Schatteninsel, wie komme ich denn da drauf? Dunkeldörer, dankeschön. Eine Schädelblüte, so geht's hier hoch. Da oben ist doch ein Pfad. Ach, das ist der Pfad da oben. Okay, da kommen wir später hin. Wir wollen wie gesagt erstmal hier diesen kleinen Bergpass passieren. Wir haben ja sowieso schlichtweg die Aufgabe von Carlos bekommen, die Insel von den Seelenfresser zu reinigen. Dafür müssen wir die sowieso erkunden. Und nichts anderes machen wir jetzt einfach mal. Ein Ohr und eine Kralle, da freue ich mich sehr drüber. Und ebenso freue ich mich darüber, dass es hier hochgehen soll. Hier. Hier, genau hier. Und hier nochmal. Super. Weg schon mal gefunden. Ja, die Insel ist in der Tat riesig. Wie sich die Grafik denn nachformt. Also wie gesagt, da ist ein Patch notwendig. Bitte, Piranha Bytes. Wenn ihr dieses Video seht. Hö, hö, hö. Lach, lach. Zwinker, zwinker. Ähm. Bringt ein Patch raus. Ich würde es euch sehr, 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 sehr verdanken. Aber ich gehe mal fast davon aus, dass das nicht geschehen wird auf der alten Xbox. Also mit Risen 1, auf der alten Xbox wollte ich schon sagen. Ähm. Risen 1, für Risen 1 kam ja sogar ein Grafikpatch raus damals. Das war ja ein ähnliches Debakel, sag ich mal. Aber dieser Grafikpatch hat dir dann schlichtweg nichts gebracht. Um das mal ein bisschen kritisch zu sagen. Die Grafik war nachher immer noch unter aller Saune auf meinem alten Computer. Damals lief das Spiel auf besserer Grafiker als auf der Xbox. Wenn jetzt noch auf der Xbox, was weiß ich, äh, Switcher 2 in meiner Meinung nach richtig guter Grafik läuft. Weil da halt einfach diese Feiner-Anpassung stimmt, die hier scheinbar einfach fehlt. Fehlen tut hier auch einen Weg runter. Denn hier kommen wir erstmal gar nicht weiter. Das ist ein Schiffswrack. Da unten aber auch. Da kommt man wohl nicht hin. Das ist nämlich nicht mehr auf der Karte verzeichnet. Okay. Da geht es hier nicht weiter. Dann müssen wir den anderen Pfad wählen. Schade. Ich dachte, man könnte hier so eine Art Rundgang finden. So. Ja. Schädelblüte. Hier geht es jetzt nochmal nach oben. Ich bin gespannt, was wir hier oben finden werden. Ein Teleportstein. Und natürlich eine wunderschöne Aussicht. Also so gut der Grafikstil erinnert mich so wahnsinnig stark an Arcania Gothic 4. Ich weiß auch nicht warum. Da war die Grafik ja auch nicht so gut angepasst. Meiner Meinung nach aber sogar ein bisschen besser als hier. Also ich fand... Entschuldigung, wenn ich jetzt gegen einige Leute spreche. Ich fand... Graf... Äh... Arcania... Das ist ja unfair. Das war auch richtig unfair. Die hatten ja gar keine Chance. Ich fand Arcania Gothic 4 war an die Konsole besser angepasst als Risen 3 hier in diesem Falle. Hört sich jetzt so arg böse an, aber... Ja, ich denke schon, dass man das so sagen kann. Äh... Wir müssen jetzt hier runter, da rum oder da rum, da rum, da runter. Dann würde ich lieber erstmal hier runter gehen und dann rumlaufen. So. Wir werden Stück für Stück die ganze Insel erkunden. Hier haben wir Jadebrocken. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ähm... Grafisch bin ich enttäuscht. Kann man ja schon so sagen. Ich bin jetzt kein Grafiknavi, wie gesagt, sonst würde ich das Spiel schlichtweg nicht aufnehmen. Mir tut es ein bisschen leid, dass ich euch das jetzt antun muss, in Anführungszeichen. Weil man sieht das natürlich bei anderen Let's Play und auf dem PC. Auf dem PC sieht es natürlich drei Milliarden mal besser aus. Muss mal ein bisschen übertrieben zu sagen. Aber was soll ich machen? Ich seh jetzt auch nicht ein, jetzt direkt nochmal 40 Euro, 30 Euro in das Spiel zu investieren, nachdem ich das für 50 Euro gekauft habe. Es tut mir ein bisschen weh, weil ich mir, wie gesagt, mehr erhofft hatte. Ich habe eigentlich gedacht, sie hätten aus ihren Fehlern gelernt. Ich habe auch schon oft gegoogelt, um ehrlich zu sein. Ich habe oft nachgeschaut, ob man irgendwo etwas über die Grafikeinstellungen findet, die die Xbox bietet. Aber sie haben schlichtweg nichts rausgegeben. Daher kannte man auch nicht die wirkliche Grafikleistung auf der Konsole. Und ich habe einfach mal gedacht, dass sie diese wohl im Vergleich zu Risen 2, oder eher gesagt Risen 1, was ja ganz schlimm war, ein wenig angepasst haben. Aber das hier ist ja... Ja, beinahe eine Beleidigung für die Konsolen. Ich meine, auf der Playstation 3 sieht es auch nicht besser aus. Und es gibt immer Beweise, dass die Konsolen einfach zu mehr imstande sind. Daher ist das für mich halt schon eine Enttäuschung, sage ich mal. Enten überall. Das ist sehr gruselig. Friedliche Ente. Gibt es doch böse Enten, oder was? Friedliche Ente. Ich könnte dir jetzt einen Vortrag darüber halten, wie vielen Gefahren wir uns auf einer unbekannten Insel aussetzen. Aber da du mir die Stimmung nicht vermiesen willst, lässt du es sicher. Du hast es erfasst. Danke schön, Horace. Sehr beruhigend. Okay, wir haben, glaube ich, einen der Inquisitionen gefunden. Dämoniäger? Hull? Lass doch die Enten! Was ist denn hier los? Leute, was macht ihr hier? Ich meine, ich freue mich über das Fleisch, aber ich würde die jetzt nicht töten, aber... Hallo, Fletcher! Diese Insel scheint überrannt von widerlichen Kreaturen. Du solltest dich hier nicht unnötig lange aufhalten. Ähm... Hast du ein Problem mit Enten? Das ist doch nicht mehr normal, wie sie sich verhalten. Wenn du nachts aufwachst und sie dich ohne zu blinzeln einfach nur anstarren. Irgendetwas stimmt doch mit diesen Viechern nicht. Ich bin der Meinung, wir sollten sie alle umbringen. Sicher ist sicher. Jetzt bekomme ich langsam Hunger auf Ente. Was machst du hier mitten in der Wildnis? Ich bin mit den Piraten hier angekommen. Sie haben mir eine Überfahrt gewehrt. Ich bin auf eigene Faust losgezogen, um herauszufinden, wie schlimm es um die anderen Inseln steht. Was meinst du? Na, das dunkle Land natürlich. Ich wollte wissen, wie weit es sich verbreitet hat. Aber jetzt sitze ich erstmal hier fest. Ich könnte versuchen, dich hier wegzubringen. Das ist sehr nett von dir, aber... Nein, danke. Ich werde vorerst hierbleiben. Und diese Insel studieren. Wenn ich wirklich hier weg will, dann werde ich das auch schaffen. Ist ja gut. So ein Arschloch, ey. Da bieten wir mal die Hilfe an und direkt sowas. Wieder typisch. Aber okay, aber wir haben hier auch noch einen der Inquisition. Ne, das ist ein Pirat. Du hast die Enten hierher gelockt. Red keine Scheiße. Nichts habe ich gemacht. Cool. Ich habe wirklich gedacht, auf dieser Insel gäbe es viele Reichtümer zu holen. Stattdessen ist das Einzige, was man hier findet, der Tod. Du hast recht. Diese Insel ist nicht ganz ungefährlich. Ich weiß, dass ich recht habe. Überall diese bösartigen Monster. Ich bin echt kurz davor, die Fliege zu machen. Das wird mir hier langsam zu gefährlich. Ja, die ganzen Enten zum Beispiel. Nebelstein. Ah ja. Was ist denn mit den Enten hier los? Enten? Das sind keine Enten. Das sind die Diener des Todes, mein Freund. Was? Kennst du das, wenn du nachts aufwachst, weil du denkst, jemand beobachtet dich? Tja, ich bin letzte Nacht aufgewacht und dann standen sie plötzlich hier. Stehen um mich herum und starren mich aus ihren kalten, leblosen Augen an. Als würden sie mir jeden Augenblick den Verstand rauben wollen. Sieht so aus, als hätten sie es geschafft. Naja. Kann es sein, dass du ein bisschen überreagierst? Laber keine Scheiße, ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube, die Enten werden von einer größeren Macht kontrolliert. Eine Macht, die sie umherschwören lässt, um die Menschen zu testen und zu sehen, wer schon reif ist, um gepflückt zu werden. Wir sind nichts weiter als eine Nahrungsquelle für sie. Sie ernähren sich von unseren Gedanken. Spucken, vermutlich gibt es irgendwo eine Gehirnente, die alle anderen steuert, wenn wir diese Ente finden und töten würden. Ich bin überzeugt, dass dieser Spuk dann aufhört. Ich werde deine böse Ente für dich töten, wenn es dir dann besser geht. Das würdest du tun? Ich habe wirklich eine riesen Angst vor diesem Mistvieh. Aber egal, was Fletcher sagt. Ich will nicht, dass du die anderen Enten tötest. Es sind eigentlich friedliche Tiere, die nur kontrolliert werden. Also, pass ein bisschen auf beim Kämpfen. Aber wo ist die denn überhaupt? Wo kann ich diese böse Ente denn finden? Ähm. Lass mich raten. In deinem Kopf. Was? Quatsch nicht. Diese Ente gibt es wirklich. Daran habe ich auch nicht gezweifelt. Wenn du von hier aus Richtung Nordwesten gehst, da solltest du recht schnell auf sie treffen. Du wirst sie erkennen. Sie sieht irgendwie verdächtig aus. Hm, hm. Warum bist du noch hier? Warum? Na, weil ich hier nicht mehr wegkomme. Wir sind hier gelandet, weil wir gehört hatten, dass es hier eine Menge Schätze geben sollte. Tja, da wurden wir ganz schön aufs Kreuz gelegt. Die gesamte Crew ist entweder tot oder in alle Himmelsrichtungen versprengt. Aber das macht sowieso keinen Unterschied mehr, weil unser Schiff gesunken ist. Schätze, die Penner von der Inquisition hatten mehr Glück. Warum schließt du dich nicht der Inquisition an? Nein, danke. Bevor ich zur Inquisition krieche, bleibe ich lieber erstmal hier. Zur Not binde ich mir ein paar Schildkröten zusammen und baue mir ein Floß oder so. Ich werde hier schon noch wegkommen. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Okay, was lernen will ich nicht wirklich. Ja, ihr beide seid behindert. Entschuldigung, Leute. Oh, tschüss. Meine Güte. Wer hat sich das bitte ausgedacht? Wer hat sich das bitte ausgedacht? So, hier haben wir die ganzen Enten. Friedliche Ente. Friedliche Ente. Oh Mann. Wir gehen mal Richtung Strand hier runter, wo die Schiffswracks liegen. Im Nordwesten haben wir also... Und im Nordosten. Ich hab's wieder vergessen. Nordwesten, Nordost. Ich weiß es nicht mehr wirklich. Haben wir also eine verdächtige Ente, die die Gehirne der anderen Enten kontrolliert. Und die deshalb nachts zu den... ...an Absurdität nicht zu übertreffen, sag ich nur. Ich bekomme die Erfahrung. Ah doch, ich bekomme die Erfahrung. Ich wollte gerade schon meckern, hier ist die Erfahrung, die ich bekomme. Oder den Ruhm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da hinten baut sich langsam das Wrack zusammen. Wie gesagt, grafisch ist es echt schade drum. Der Schatten sieht zum Beispiel so hoch aufgelöst aus. Die Texturen hingegen so matschig. Ich verstehe das alles nicht. Das hätt ich auch alleine geschafft. Tja, hier sind wohl ein paar Seeleute baden gegangen. Nicht nur ein paar, lieber Horrors. Also sehr schön gearbeitet eigentlich, dass der Horrors immer was dazu sagt. Wo wir gerade sind. Das ist schon cool gemacht. Ja, hier ist es schon ein paar Mal. Ja, man will sich ja nicht selbst loben, aber das hat schon ziemlich gut funktioniert. Ich wollte gerade schon sagen, warum sollte Horus auch helfen, es ist ja nur unser Begleiter. Noch viele Muscheln gibt es hier zu holen. Die sind auch schon viele Schiffe gesunken, wenn man sich das so anschaut. Okay. Aus. Nein. Dankeschön. Und die große Ausbeute. Hier sieht es auch wieder schön aus mit den Lichteffekten. Die Texturen dagegen, wie gesagt, sehr schwach. Wenn ich das mal angucke. Der Felster zum Beispiel. Ich kann es nicht beschreiben. Das Spiel löst in mir so leicht Empörung aus. Ich will eigentlich so gerne so zufrieden sein mit dem Spiel, weil mir das so gut gefällt. Aber dann kommt halt einfach dieser atmosphärische Minuspunkt. Also dieses Video wird mich mal dem unzufrieden sein. Achso, die Ente ist hier irgendwo. Hier wahrscheinlich. Ein Platz ist nur noch frei. Äh. Nebelinsel. 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 Öh. Nebelinsel. Friedliche, friedliche Verdächtige. Oh Mann, wir dürfen aber keinen Sechs töten. Alles klar, die verdächtige Ente war tatsächlich eine wirklich verdächtige Ente. Dankeschön, liebes Spiel, dass du mir gerade diesen Tipp gibst. Ich glaub's nicht, er hat also wirklich recht. Cool. Deine Ente war ein Seelenfresser. Ha, ich hab doch gewusst, dass etwas nicht stimmt mit dieser Ente. Ist er tot? Er wird dir keine Probleme mehr bereiten. Ach, das ist sehr gut. Hier hast du etwas Gold. Gold kann jeder gebrauchen. Was ist mit den friedlichen Enten? Hast du sie verschont? Ich habe sie verschont und werde sie auch am Leben lassen. Ach, das ist sehr gut. Hier, nimm das als Dank der Enten. Die kleinen Biester müssen nicht sterben. Als Dank der Enten. Deine böse Ente ist zurück. Deine böse Ente ist zurück. Was? Wie? Mann, Alter, hör auf mich zu verscheißern. Für einen Moment dachte ich mir gehen die Lichter aus. Hier hast du ein bisschen Gold. Aber dafür erschreckst du mich nie wieder. Deal? Deal. Ha, okay. Hey? Eine der Enten war ein Seelenfresser. Im Ernst? Dann hatte Hal wohl doch recht. Na, das erklärt einiges. Aber glaube nicht, dass ich jetzt unaufmerksamer werde. Ich werde wohl nie wieder einer Ente über den Weg trauen. Ja, harmlose Enten töten machen wir sowieso nicht. Wir alle töten sollten. So. Ja, ja. Die Enten. Hallo? Snapper. Normale Snapper? Hatten wir schon normale Snapper? Sie sehen sehr seltsam aus. Sie sehen nicht Gothic aus. Autsch. Was für ein Kampf. So, was für ein Kampf trifft's gut. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, ich würde dann gerne doch zum Steinkreis hochgehen, da da auf jeden Fall noch einer von den Seelenfressern sein wird. Da bin ich mir sehr sicher. Taps, taps, taps. Oh, Mann. Dann klärt sich die Nebelinsel doch schneller als von mir gedacht. Ah, ne Waldspinne. Das Biest ist mehr als tot. Das ist eine große Insel hat uns vom Kurs abgebracht. Manchmal kann eine Kurskorrektur ganz nützlich sein. Und gefährlich. Joa, Hochebene. Machen wir auch. Ihr wisst ja, die Teleportverbindungen sind enorm wichtig. Vor allen Dingen, um später Zeit zu sparen. Teleporter der mittleren Hochebene. So, was haben wir denn hier? Einen Steinkreis. Stonehenge. So ähnliches gab es auch in Gothic 2 und Gothic 1. Mir fehlen die alten Gothic-Teile, Leute. Das ist unglaublich. Hallo, lauf nicht weg von mir, lieber Magier. Hallo, hallo. Ich bin keine Kostprobe. Du hast wohl schon lange nichts mehr gegessen. Das Offensichtliche ist der Bruder der Sehenden. Ah ja. Bleibt ihr auf der Suche nach Antworten? Vielleicht habe ich welche für euch. Der Tod segnet einen mit Weisheit, die manch Mensch im Leben vermissen lässt. Wahrgesprochen. Balthasar. Ja, er ist auf jeden Fall tot. Das sieht man an dem blauen Schimmer. Erzähl mir mehr über dich. Balthasar, der Magier. So rief man mich einst. Ich bin der Herr dieser Insel. Aber mit wem habe ich es zu tun? Ich bin ein Wächter im Dienst der Magier von Taranis. Taranis? Von diesem Ort höre ich zum ersten Mal. Merkwürdig. Ihr seht aus, als wolltet ihr die Geheimnisse dieser Insel ergründen. Tut euch keinen Zwang an. Meinen Segen habt ihr. Hm, hm. Was werde ich hier finden? Die Narren finden den Tod. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Doch ihr seid nicht der Erste, der hier Fuß gefasst hat. Eilt euch also, wenn ihr Schätze heben wollt. Was ist das für ein Ort? Er ist der Anfang eines neuen Zeitalters. Die Geburtsstunde des Schattens, der aus dem Nebel steigen wird. Doch noch braucht es Zeit. Diese Insel ist also besonders. Ja. Hier hat ein Tod Bedeutung. Woanders verrotten die Kadaver nur vor sich hin. Okay. Er hat gerade etwas gesagt von wegen Ursprung der Schatten. Das verunsichert mich gerade. Wir haben vorhin ja auch einen einzigen Schatten aus dem Boden kommen sehen. Das heißt, der Schatten scheint auch diese Insel erreicht zu haben. Wie lange bist du schon tot? Jahrhunderte habe ich kommen und gehen sehen. Die Zeit hat für mich an Bedeutung verloren. So lange schon? Auch die Ewigkeit ist nur ein Zustand unter vielen. Wenn der Schatten euch umhüllt, seht ihr die Dinge mit anderen Augen. Warum habe ich das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst? Ich diene als Wegweiser für die Suchenden. Und ihr seid auf der Suche. Mein Geheimnis jedoch wird euch verborgen bleiben. Nur wer die Spuren der Zeit gefunden hat, wird es lüften. Was meintest du mit Spuren der Zeit? Hört gut zu. In den Süden geschickt, doch in tödliche Fänge verstrickt. Mit Zeichen gefüllt, doch am östlichen Strand wieder angespült. Hoch oben im Südosten, wo die Ratten seine Knochen kosten. Und das soll mir weiterhelfen? Strengt euch an oder teilt ihr Schicksal. In die Irre geführt. Ah ja. Ich bekomme hier Papageienflug. Das heißt, hier ist irgendwo etwas zu holen. Ich gucke gerade mal oben auf die Steinbalken. Sehe aber nichts. Hm, seltsam. Okay, der hat uns jetzt mehr verwirrt, als irgendetwas aufschlussreiches von sich zu geben. Ich würde mal sagen, hier ist eigentlich eine gute Möglichkeit, nochmal ein wenig zu erkunden. In die Irre geführt, das machen wir später. Feuerblume. Ja, jetzt ist es natürlich wieder sehr dunkel. Ihr seht, wie da kommen wir uns auf YouTube. Das tut mir leid, aber wir können nicht schlafen. Was für ein Kampf. Ja, das haben wir schon ganz gut gemacht. Wir können mal kurz schauen. Ich denke mal, wir haben wieder mittlerweile... Wir haben mittlerweile wieder viele Fackeln zusammen. Das ist doch annehmbar. Hallo? Jetzt ist hier da vorne eine Spinne rumkrabbeln. Woher hätte es dein Pound sein? So. Das Video ist schon so gut wie vorbei. Ich möchte noch gerne einmal hier... ...zu dieser Brücke gelangen. Ich kann mir dein Leid kaum vorstellen. Man gewöhnt sich dran, wenn es nur nicht schlimmer wird. Beachtlich, diese Stärke und Zuversicht. Wie machst du das? Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Ich schätze genau deswegen bin ich so gern in deiner Crew. Joa, in der Tat ein sehr schöner... Was ist schöner? Sehr cooler, begleiteter, guter Horrors. Mit dem können wir öfters an Land gehen. Trifft sich auch gut. Wir sind immerhin auch ein Wächter. Komm raus da. Ja, echt ein Witz, ne? Meine Meinung. Ja, das Witz ist mehr als nur tot. So. Komm nur her! Das glaube ich auch nicht. Okay, das klappt ja super bis jetzt. Höhe? Soll man hier hochgehen? Ach so, okay. Wir sind den richtigen Weg hochgegangen. Ich war gerade kurz verwirrt. Entschuldigt mir das bitte. Oh Gott, ist das schwierig und lang. Okay, das heißt 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Macht ihn zu einer tödlichen Waffe. Das glaube ich gerne. Schöne Aussicht hier. Und wir blicken von hier quasi hinunter zu Hull und dem guten Dämoni-Ecke. Okay, ich würde sagen, dann machen wir hier jetzt auch einen kleinen Schnitt. Im nächsten Video werden wir dann... Ja, was machen wir im nächsten Video? Hier hingehen. Die Ecke hier erkunden. Dann können wir uns hier hin bewegen. Dann bleibt noch das hier und dann haben wir alles gesehen. Dann werden wir uns mal gezielt an die Aufgaben richten und auch mal ein wenig mit den Quest-Markierungen arbeiten. Ich schaue mal in die Irre geführt. Wird wahrscheinlich etwas zu lange dauern, das alles zu machen, ohne ins Quest-Log zu gucken. Wie gesagt, das Play-Projekt. Normalerweise würde ich es ohne Markierungen machen, aber mir sei da mal eine Ausnahme genehmigt. Moment, Leute. Ich würde sagen, wir setzen hier an der Stelle einen Schnitt. Morgen geht es weiter hier auf der Nebelinsel. Ich freue mich drauf. Eine, wie ich finde, wirklich wahnsinnig große Insel für eine First Edition. Also als ich sage mal Geschenk im Nachhinein, weil man ja im Namen den normalen Verkaufspreis bezahlt hat. Toll. Ich bin zufrieden. Morgen geht es weiter hier. Wie gesagt, bis dann und danke fürs Zuschauen. Tschüss, Leute. 5. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020